Meine Damen und Herren, die Grünen werden ja als sogenannte Premium, also die bessere Opposition im Landtag bezeichnet. Aber meine Damen und Herren, die wollten per Gesetz fünf islamische Feiertage einführen, darunter Mohammeds Geburtstag und das Opferfest. Da muss ich auch sagen, also, wissen Sie, Toleranz ist ja schon in Ordnung. Aber wenn unsere Christen in der Türkei einen spießroten Lauf haben, bis sie eine katholische oder evangelische Kirche erreichen, wenn in der Türkei 30 Jahre lang das Priesterseminar geschlossen wird, damit die christlichen Kirchen keinen Nachwuchs mehr haben, dann muss ich sagen, bevor wir weitermachen in unserer Toleranz, müssen die erstmal ein Stück Toleranz unseren Glaubensrichtungen entgegenbringen. Vielen Dank.